Oh, I won't, I won't be alone, we won't be alone Moin Leute, was geht ab und willkommen zu dem zweiten Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Nintendo Switch Und wir spielen heute Hop Hop Hurra Ja, da springen wahrscheinlich schon alle Leute auf Alter, jetzt ist schon Nacht Ja, bei mir ist es noch helllichter Tag Okay Okay Donkey Kong hat ziemlich viel Kraft, wie wir jetzt sehen Warte, ich will Donkey Kong da nicht im Real Life begegnen Ich bin ja wirklich ziemlich schwach im Real Life Kann mich nicht selbst verteidigen Okay, ich hab mich ja sehr gedisst Ich weiß Und ich sag's eigentlich, dass Cranky Kong zuerst kommen würde mit seinem Level Und naja, ich hab mich dann doch für das Level entschieden Ja Ja okay, wenn das jetzt ein Puzzleteil war, dann Rip So, dann Machen wir wieder die Special Attack Wie ich's nennen mag, ist ja egal Okay Okay Nice Alter, geil Ne Bananenmünze Ich würde sagen, dass wir tatsächlich alle verklemmerten Sachen, die ich nicht finden sollte In einem Livestream machen, oder? Dass man immer nicht sagen könnte, dass ich überhaupt keine Livestream zu dem Projekt mache Wow Ein Puzzleteil Nice So Ich glaube, ich habe im letzten Part gar nicht gesagt, wann das Spiel überhaupt erschienen ist Und es ist, glaube ich, 2014 Wenn ich dann, blende ich es, glaube ich, unten drunter ein, ob es stimmt oder nicht Als Korrektur Weil Wenn schon falsch, dann Sollte ich auch dazu stehen Aber ich Ich denke, es müsste 2014 sein Und auf der Nintendo Switch Kostet dieses Spiel In manchen Lehnen kostet es 60 Euro Bei meinem Mediamarkt In meinem Ort hier Ich sag jetzt nicht welchen Ort Kostet das Spiel Sogar nur 50 Euro Bin aber dumm Hab 60 Euro gezahlt Nur damit ist Überall Bin ich eigentlich komplett zurückgeblieben Ich hab die Special Attack jetzt tatsächlich hier gemacht Oh Mann Lohnt sich nicht Okay Ja, da freut sich der Donkey Kong Wow Ich würde mich auch freuen Wenn ich hier ein Affe wäre Da laust mich doch der Affe Oder da lausten mich die Zwei Affen Der war so schlecht Alter Ähm Jawoll Ski Jetzt so daneben springen Das wäre so unangenehm Das wäre richtig Das wäre so ein richtiger Luke in Tenno Moment So Hier Genau Ich glaub damit Ist das Leber auch schon Fast wieder beendet Lol So Genau Alter Ich hätte Fast losgelassen Digga Das war richtig knapp eben Boah Wenn man hier zu Früh oder zu spät Abspringt Alter Ist man richtig Gereckt So Okay Für das Puzzleteil Alter Der Checkpoint kam ja Übelst früh Ah Scheiße Alter Hat sogar noch Erreicht Okay Aber Hätte nichts gebracht Äh ne Scheiße Wahrscheinlich Nein Erster Fail So dumm Aber ich bin hier Glaub ich auch Privat das erste Mal Sogar gestorben Jetzt haben wir Keine Dixi Komm mehr Scheiße Ach ne Ernsthaft Ist eh nur ne Bananenmünze Ach du Scheiße Aber es sieht halt echt So aus als würde man Auf diesem Gegner hier Landen Okay Jetzt Alter Perfekter Sprung Oh man Perfekter Gehts echt nicht So gut Hier Genau Und jetzt wieder Hier drauf Kennt man ja schon Alles Oh Gott Alter Ich mach's aber auch Heftig Risky No risk No fun Alter Ich hab nichts verpasst Hab ich kaum Ne Ich hab die 100% In dem Level Erreicht Ich bin so Happy Aber das bringt Nur ne Bananenmünze Oder so Glaub ich Hab's hier nicht In Secret Exit Ja man Bananenmünzen Sind hier Ziemlich wichtig Die kann man Nämlich zum Spielautomaten Quasi im Shop Im Luca Minus Shop Punkt De Nein Okay Keine Werbung Für den YouTuber Wir haben sogar Alles erreicht Alter Aber wir gehen jetzt In dieses Level Und ficken Jeden weg Ich muss sagen Auf der Wii U Hab ich Cranky Kong Am meisten Gehasst Wegen seiner Scheißsteuerung Okay Gut Wegen seinem Scheiß Rückstock Den ich irgendwie Nie Kontrollieren Konnte Das wär's Wenn ich jetzt Daneben Geworfen hätte Das wär so Peinlich Aber gut So Hier schön Springen Genau Das macht der Donkey Kong Sehr gut Diese Sprachweise Mit diesem Donkey Kong Die ist echt Atemberaubend Alter Okay Wir haben Ist ja kaum Was verkackt Von den Minigame Puzzleteilen Würde ich jetzt Mal so Den Begriff nennen Weil die kann man Nicht Mehr Wiederholen Im Level Es sei denn Man Reset Halt Aber Oder macht Das Level Neu Restarten Könnte man Auch sagen Super Aber hier ist Ehe schon Cranky Der richtig Krank Drauf ist Der kann Sogar Auf Stacheln Laut Beziehungsweise Springen Boah Alter Der geht Ja richtig Ab So Wir können Hier auch Testen Sogar Was Cranky Kong Als Spezial Technik Kann Ah Bananen Münzen Wetten Dass es Jetzt schon Wieder Despawned Ist Ich bin So Gut Die Fähigkeit Super Ausgenutzt Ach Ja Der gute Cranky Kong Vielleicht Sätte ich Auch Ziehen So Hier Schön Stampfen Hier ist Auch Nochmal Erst Zum Ziehen Boah Schon Fast Die Hälfte Wieder Geschafft Alter Nice Okay Ich glaube Da unten Würde man Verrecken Aber Sicher Bin ich Mir Dann Nicht Okay Lohnt Es Jetzt Doch Dieses Fass Zu Nutzen Ich Hoffe Es Mal Ey Einfach So Krank Ist Dieser Kong Einfach Das Eigentlich Der Ursprüngliche Donkey Kong Aus Dem Ersten Donkey Kong Teil Und Der Normale Donkey Kong Den Wir Hier Spielen Donkey Kong Junior Eigentlich Ja Ja Ich Kann Mich Auch Ein Bisschen Aus So Die Zerstören Wir Hier Mal Richtig Assi Sind Die Donkey Kong Weil Die Kong Besser Gesagt Teilweise Schon So Hier Schön Abprallen Genau Da Das Fass Noch Nehmen Und Du Lässt Dich Jetzt Von Dieser Nacht Schnecke Einfach Wacken Fantastisch Okay Hier Geht's Rein Das Merke Ich Doch Ja Mann Schon Fünf Puzzleteile Läu Halt Ich Doch Nur Die Fresse Gehalten Digga Okay Solange Wir Aber Alles Haben Seien wir Das Recht An Dieser Fail Eben Ich Meine Der Fail Counter Soll Ja Auch Nicht Unbedingt Leer Bleiben In Diesem Projekt Deswegen Gönne Gönne Ich Einfach Mal So Mache Ich Einfach Mal Die Spezial Attacke Die Irgendwie Von Einkommen Am Schwächsten Ist Okay So Ein Raum Wieder Ich Glaube Diese Räume Sind In Ein Donkey Kong Teil Von Diesen Arten Her Ziemlich Verhasst Oder Alter War Das Knapp Okay Okay Chill Jetzt Können wir Eigentlich Kaum Was Verkacken Genau Das Wärs Wenn Ich Jetzt Noch Da Nebengesprungen Wär Und Dann So Okay Man Kann Ja Noch Was Verkacken Ich Könnte Jetzt Wieder Diese Attack Machen Eigentlich So Unnötig Bei Dem Gegner So Kriegen Wir Wieder Die 100% Zusammen Das Wärs Natürlich Aber Ich Dacht Schon So Wir Warten Hier Wir Sind Ja Nicht Ungeduldig Zumindest Ich Nicht Na Kommt Hier Noch Ich Glaub Hier Kommt Nur Die Bananen Münze Ja Super Nicht Mal Bekommen Ja Hier War Aber Glaube Ich Der Secret Exit Ja Genau Hier Ist Noch Da Oben Geht Es Noch Weiter Ja Da Stimmt Er Mir So So Alter In jedem Zweiten Level Hier Ein Secret Exit Einfach Und Wieder Banan Okay Okay Wir Haben Hier Alles Okay Kann Ich Durchrennen Und Ich Zeige Wie Ich Dann In Dem Ein Ziel Wieder Wobei Das Kann Ich Auch Privat Machen Wobei Ich Zeige Euch Lieber Den Ich Kann Es Euch Ganz Zeigen Einfach Damit Sich Das Video Noch Ganz Anstrecken Spaß Bis Gleich So Ich Bin Hier Wieder Und Ach Schade Okay Nur Eine Bananen Münze Cool Wir Haben Ja Schon Vorher Alles Gehabt Also Rastet Jetzt Nicht Aus Alter Ich Woll Nur Den Normalen Exit Noch Bekommen Ich Glaub Wir Haben Bisher Alle K-O-N-G Teile Und Ich Würd Sagen Auch Wenn Es Jetzt Lähm Klingt Aber Ich Beende Den Part Jetzt Schau Durch Den Nächsten Part An Und Ja Ciao K-O-N-G